Die Strafvorbereitung Omar, Sie gehen mit Sorter. Ethan, du kommst mit mir. Das ist keine Übung, Captain. Kein Wurt. Eine Marine. Mein Team steht, Sergeant. Danke für Ihr Verbrauch, Sir. Dann heben wir mal ab. Die Küstenwacht wird überrannt. Tigris braucht Hilfe aus der Luft. Eins nach dem anderen, Jungs. Erst sichern wir die Basis, dann helfen wir Tigris. Roger. Starterlaubnis erteilt. 1, 2, startet. 3, 1, voller Nachbrenner. Wir halten diesen Hafen nur, wenn wir die Luftfeuer zurückerlangen. Räumen wir auf und drängen die SDF aus diesem Luftraum. Feuer! Feuer! Skater näher an sich! Er schlägt Haken. Wir müssen vier A-Sekern. Ziehen! 10 Uhr! Diese Zündung ist sehr. Gefahr auf 9 Uhr! Er schlägt Haken. Bleiben wir dran! Wir drängen sie zurück! Zweit zerstört! Ziele rechte Seite! Das sind Lenkraketen! Die Küstenwacht-Jekos sind da nicht auf ausgelegt! Tigris, wir brauchen etwas zur Chancengleichheit! Roger Skyens 1! Wir haben eine Raketenvorratzone bereit! Markieren sie die Position! Wir verlieren Botenunterstützung! Position markiert! Vorratsdrohne kommt! Er hat mich erfasst! Runter! Runter! Raketen frei! Geladen und entsichert! Skars, trefft sie mit euren Raketen! Sie brechen unsere Luftabwehr auf! Ich kann ihn nicht abschütteln! Abschießen! Wie ist die Lage? Fast fertig! Die Basis ist bald gesichert! Nur noch ein paar! Schießen wir sie ab und treffen der Tigris! Habt gleich! Abschießen! Skars, wir haben Matrix im Kampfgebiet! Diese Kampfschiffe angreifen! Wir verlieren Botenunterstützung! Wir verlieren Botenunterstützung! Alle Teams, die Kampfschiffe angreifen, auf ihre Waffensysteme feuern! Täuschkörper abgeworfen! Die Kampfschritte auf den Schriftstuhl! Mehr Feuerkraft auf die Betriebe! Täuschkörper abgeworfen! Luftabwehrkanäle! Vorsicht! Luftabwehrkanäle! Vorsicht! Los, Rutschungskäfte! Haarbeine! Achtung Luftabwehr! Weiter! Kommen nicht an Ihren Gegenwart, die uns vorbei! Kommen nicht an Ihren. Hilfe! Kommen nicht an Ihren Kursen! Gut gemacht, Scars. Gut gemacht. Haufen gesichert, Captain. Bestätigt. Scars, sammeln für Orbitalstart. Verstanden. Steigen wir aus. Reyes, sind in Position. Warten dort. Gut gemacht, Marines. Transport organisieren. Wir treffen uns bei der Retribution. Verstanden. Stop, stop. Viel Glück, der Oberleutnant. Raider, Tigris hat einen Backbordmotorschaden. Er bitte sofortige Unterstützung. Raider wird an Bord des Kriegsschiffs gehen und es ausschalten. Warten Sie. Wie ist der Interplant, Captain? Wir gehen über die Backbordbruchseite rein und dann schwerelos zur Brücke. An Bord deaktivieren wir die Brücke und die Heckkampfsysteme. Verstanden. Nach Deaktivierung gehen wir über die Frachtrampe raus. Bestätigt. Tigris greift an, wenn wir bereit sind. Pass unser Großer auf 12 Uhr. Im Blick. Tigris, haben Sicht. Bestätige Sicht. Deckungsfeuer. Komm mit rein, Rede. Dir nachfieber. Auf die Flak aufpassen. Sehe ich. Küstenwacht, Jerkel abgeschossen. Absprungzone voraus. Absprung in 3, 2, 1. Los, los, los. 1, 2, raus. 1, 1 ist raus. Direkt voraus, Sir. Gut, gehen wir. Feindkontakt. Aufschalten. Wir brauchen Unterstützungsfeuer bei den Skelds. Verstanden. Schon dabei. Weiter vor. Aufschalten. Verstanden. 1, 2. Aufschalten. Ben leergeschossen. Tore gesichert. Hier steigen wir ein. Schutzschäden geschlossen. Bestätigt. Tigris, sind außen an der Brücke. Bereit für den Durchbruch. Verstanden. Warte. Schließe sich los. Los, rein da! Staff Sergeant, den Ausgang decken. Ethan, Primärwaffen ausschalten. Leise. Sword, auf die Fenster achten. Aktivierte Schwerkraft. Ich hole die Offizierskarte. Die Karte schnappen und los, Captain. Tigris, Primärwaffen erledigt. Weiter zu den Sekundären. Verstanden. Den Liftschacht runter. Los! Achtergefechtssteuerung in der Nähe. Hier erster Offizier. Alarm auf Vereins auf dem Gesamtgeschirm. Leise. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Die Gefechtssteuerung ist hier. Ein Deck weiter unten. Verstanden. Aufmachen. Sanitäts-Team 4 sofort zur Maschinen. Hab Aktivität. Sanitäts-Team 4 sofort zur Maschinen. Brücke ist der Idee. Schreiben wir nicht geortet. Verstanden. Absperrung. Misch die auf! Wir sind erledigt. Weite vor Ort. Sicher. Alles sicher. An die Arbeit, Jason. Sekundärwaffen deaktivieren. Okay. Klicke mich ein, Captain. Waffen abgeregelt. Dann los! Sir, ich habe etwas anderes gefunden. Sieht wie feindliche Kriegsschiff-Positionen aus. Können Sie das ziehen? Schon runtergeladen, Sir. Sehr gut. Dann los! Tigris, Waffen deaktiviert. Gehen zum Ausgangspunkt. Staff Sergeant, bringen Sie uns raus. Das war schnell, Ethan. Ausgezeichnet, Sergeant. Skull-Team, Vorsicht! Ares wird gleich die Kampfzone verlassen. Bringen Sie Ihr Team sofort runter vom Schiff, Captain. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens drei Minuten. Kriege, Schwarten freigegeben. Verstanden. Verbündete in der Nähe. Achtung! Und die Tür los! Alle streben! Warte! DNA, Reyes. Los! Die Aris springt gleich. Wir können nicht länger warten. Sie haben gewartet? Vorrücken zum Kontrollraum. Bewegung! Wir haben die Aufmerksamkeit! Wir haben die Aufmerksamkeit! Wir haben die Treppe runter! 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 Wir sind vorrücken! Uns läuft die Zeit nach vorne! Auf die Granate! Auf die Granate! Auf die Luft! In die Säule! Grupp, die Zeit läuft! Wir müssen los! Wir sind voll raus! Sichern und weiter zum Kontrollraum! Bei den Wicker ins Führer! Kein Kontakt! Beine Klazer! Fünf Uhr! Einer weniger! Ein Uhr! Fünf Uhr! Druckabfall, festhalten! Tigres, wir brauchen Vögel! Verstanden, schicke Jackals! Es kommen Schützen! Verstanden, einsteigen! Eins, zwei, eingerastet! Bereit, weg hier! Tigres, Scars sind raus! Verstanden, Feuer freigegeben! Ja, verdammt! Gute Treffer auf das Ziel! Mission abgeschlossen, Tigres! Scarflug ist unterwegs! Stratcom hat Tigres für einen Einsatz außerhalb der Einsatzzone freigegeben. Wir sehen uns sicher wieder. Wir sind die einzigen, die den Feind fernhalten. Guten Flug, Captain Reyes! Danke, Captain Farron. Captain Reyes, wichtige Nachricht, Commander Rell! Durchstellen! Ja, Sir, hier kommen Sie! Kommander Reyes, Stratcom hat einen Flottenfunksprung entschlüsselt, den Admiral Koch sechs Stunden vor dem Angriff abgeschickt hat. Okay, Admiral, fahren Sie fort! Heute startet die Flotten-Abo-Bauung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden! Unsere Welt steht am Anfang! Ihre Stirn! Das Losreisen reicht nicht! Wir werden Sie brengen! Ihre Städte werden brennen! Die Seiten Ihrer Geschichte! Captain, Sie werden nicht aufgeben, bevor Sie unsere Welt haben! Das könnte unser letztes Gefecht sein! Verstanden, Sir! Schiff weiter repariiert, Sir! Angerdeck einsatzbereit! Gute Neuigkeiten! Ich schreibe gleich mal einen Einsatzbericht! Ethan, begleite Sergeant Omar! Hilf ihm bei dem Bericht! Ja, Sir! Ich hab das schon im Griff, Captain! Ohne Zweifel! Du hast deine Befehle, Ethan! Natürlich, Sir! Erzwungene Zweisamkeit für die Zwei? Das würde ich gern sehen! Ich wette auf Omar! Ich tippe auf Ethan! Sie haben ein feindliches Schiff geändert? Da kann ich nichts zu sagen, Boss! Ich interpretiere das als ein Ja! Als ein sowas von Ja! Heute wird Geschichte geschrieben! Gehen wir hoch, Raze! Mal sehen, was wir haben! Es könnte viel passieren! Und was? Entweder halten wir sie mit diesen taktischen Einsätzen zurück... Oder? Oder? Die SDF schneidet uns mit einer Blockade ab... Wir kommen wieder nach Hause, Salt! Ich weiß! Captain! Lieutenant! In den Nachrichten kommt ein Bericht über die Portalschlacht! Gucken Sie mit! Ich passe! Keine Nachrichten sind gute Nachrichten! Das wird ein langer Tag, Fever! Ja, sechs bis zwölf wird heute nicht reichen, Raider! Captain hat die Brücke! Steuer nach links! Kurs 270! Hi, Sir! Wie sieht es mit den Infos aus? Mac, eine kleine Präsentation? Wann immer der Captain bereit ist! Was haben wir hier? Das sind die Red Jones, Tigris! Die anderen sind SDF! Das sind feindliche Schiffe! Jedes SDF-Schiff verfolgt jedes andere in seiner Flotte! Jetzt haben wir einige ihrer Positionen bestimmt! Wir können auf Ihren Befehl angreifen, Sir! Neue Gelegenheitsziele auf dem Radar, Captain! Wir orten vier feindliche Schiffe! Wo sollen wir angreifen, Sir? Die Dreiecke zeigen Gelegenheitsziele an! Wir sollten eins auswählen, Captain! Auf Ihr Zeichen, Commander! Auf der SDF-Galaxius ist eine Waffe, die Sie von Europa gestohlen haben. Sie haben entführte Wissenschaftler an Bord, die Sie nachbauen sollen. Im Idealfall retten wir die Ingenieure, aber die Waffenbergung hat Vorrang. Gut gemacht, Mac. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Ist mir klar. Ich hab mal in Ihren Schuhen gesteckt, Commander. Sie waren ein Captain, Mac? Warum haben Sie das drangegeben? Ich habe den Fehler gemacht, an dem jeder Commander zugrunde geht. Mich gesorgt. Tun wir alle, Chief. Das kann einfach nicht jeder. Jetzt bin ich für die Maschinen verantwortlich. Und Sie für uns, Captain. Ich habe eine frische Serie auf dem Drucker. Ich habe Schalldämpfer angebracht, um die Signale zu minimieren. Die Frischlinge haben den Schießstand eingerichtet. Probieren Sie alles aus, was Ihnen gerade auffällt. Ich würde sagen, Sie sind bereit, loszulegen. Es folgt nun der Alarm für Schiffskollisionen, allgemeine Warnungen und chemische Bedrohungen. Mit der Alarm-Mengen-Lieferung. Achtung, Achtung, Alarm auf Kampfstationen. Kondition Zebra ist in Kraft. Dies ist eine Übung. Solta ist schon in der Luftschaff. Die Anstellung der Materialkonditionsknoten überprüfen. Meldung ans Kommando. Die Sonnenwebel sollten ruhig sein. Viel Glück, Captain. Alles bereit, Kasch und Fieber? Rooks. Tower, Scars sind bereit. Verstanden, Ethan. 1-1-1-2. Der Tower meldet Skelter in Formation um die Galaxie aus. Verstanden, 1-2. 1-1, verstanden. Scars sind bereit. Roger, anzählen. Start in 3, 2, 1. Team Alpha in Position. Verlassen Jackals. Vorsicht, die Galaxius schickt Jäger auf 243.6. Beschäftige sie, Salt. Bestätigt. Nähere mich mit SCAR 2. Schieße sie ab. Team Alpha. Waffenbergung hat oberste Priorität. Aber wir versuchen alles, um die Ingenieure zu retten. Verstanden. Vorsichtig. Die wissen, dass wir in der Leitung sind. Sir, feindliche Ziele nähern sich ihrer Position. Das war die Okada, der uns sah. Was von ihr übrig ist. Wir können nur zurückschlagen. Ziele kommen. Sie suchen nach uns. Näher kommen lassen, dann Feuer eröffnen. Ziel in Sicht. Reife an. Augen geradeaus. Sorry, ich rate zu einer Schallgedämpften Waffe. Da sind welche ungeschüttet. Verstanden. Künft Brotter. Direkt voraus. Erledigen. Wir haben uns den Zugang. Weiter angreifen, Salt. Okay. Ich sehe sie. Auf 1 Uhr. Ich sehe sie. Auf 1 Uhr. weiter zum Durchbruch. Alphas zum Sekundärpunkt. Verstanden. Ethan, brauche einen Höhenscan. Feinde direkt im Inneren, Sir. Nicht mehr lange. Granate. Ethan, ich bin an Bord. Ich klinke dich rein. Achtung, das Schiff wurde geändert. Umgehend auf Eingreifstationen melden. Ethan, du bist drin. Wo sind die Ingenieure? Suche. Sie blockieren meinen Zugang. Von wo kommt die Übertragung? Alpha Team, Planänderung. Wir gehen jetzt zu den Geiseln. Ja, Sir. Unterwegs. Geiseln, den Raum versiegeln. Sir, Platz. Nennen wir die Prophäre wieder her. Sir, mehrere Signaturen voraus. Immer schön langsam.